Hallo Freunde des geilen YouTube Sports hier ist er wieder euer Virus und ich habe eine kleine Danksagung alle lieben und herzlich willkommen zurück euer GB Crazy ist wieder am Start genau wunderherrlich geil hast du das runtergerauscht du bist ja so richtig geiler hast du mir doch was zu sagen du es gibt Sonderabschlussverkauf Virus Vision für 3,90 im Supermarktregal neben Currywurst kaufe schnell er ist heiß und fettig also schnell 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 AHHHHHLEESKLAAA Geile Sau du Mann ey UAH So Freunde der Kanalvorstellung hier der liebe crazy was hat er denn 327 Abonnenten Geile Sache ey So dann gucken wir einfach hier mal rein was hat er denn schönes 12.253 Aufrufe Beitritt seit dem 21.08.2013 schön ein bisschen schön 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 ja Freunde guck ich bin ja auch vertreten so was hat er denn DeepSpeak ja geile Sache also wer mit uns mal schnacken will der findet uns hier im Teamspeak hier sind die Daten genau so Ausstattung wie Computer und Konsolen und was er hat findet ihr hier auch eine schöne Sache Social Media Links habt ihr auch hier unten auch hier oben im Banner da könnt ihr ihn dann auch mal schön anschreiben und ja da gucken wir mal rüber zu wo gehen wir jetzt hin und das ist genau über Playlist rein hier ja was hat er denn Dead Space 3 haben wir da zum Beispiel 41 Videos jeweils irgendwie nur eins vorhanden Xbox 1 Destiny 1 ja lieber crazy würde man sagen ne die Playlisten mal ein bisschen aufstocken hier hä ja was hat er denn heute so ach Pokemon Decker habe ich mir zum Beispiel angeguckt sehr interessant wie Glurak da sich schlägt und so ja crisis oh neue Videos auch was ich mir von ihm angeguckt habe ist auch hat er das hier nicht vorhanden oder doch oder nicht doch hier Walking Dead genau und Walking Dead 666 Elemente mehr 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 jetzt hier ja ja ist ja gut ey boah ja das ist hier das ist unser Crazy hier der blonde Schutzengel da oh ja man hat keine blonden Haare mehr die sind ja braun so ja der Walking Dead hat auf jeden Fall komplett irgendwie das hier nicht wirklich aufgeführt hier äh unser YouTube ja äh auf jeden Fall macht das Spaß bei ihm zuzusehen er ist richtig verrückter Kerle manchmal so ein bisschen dramalig ne manchen Aufnahmen aber äh ja ne dafür zieht sich die Aufnahme dann auch ganz schön lange hin aber manchmal soll das auch so sein Zweck haben wenn man so ne Verlosung macht oder so ne äh so ein Gewinn-Dings ne ein Gewinn-Dings genau hehehe so jetzt gucken wir mal eben bei den Videos rein damit wir dann auch mal haben damit ihr was seht so hier ne was anderes Lexus vor zwölf Stunden da ne wie gesagt hier und jetzt bis drei da gucke ich natürlich auch immer rein zwischendurch und äh ja ich muss sagen da kommt richtig und hier das waren diese Gewinnspiele von der Woche der hat auf jeden Fall immer immer neue Sachen auf Lager ihr seht der Bolt hat da drauf Call of Duty spielt er auch Print of Burger der Steady hatten wir ja schon auch ja also bei ihm wird's auf jeden Fall nicht langweilig schaltet ruhig mal ein und äh ne sein Kanal Baller und auch was Grau Grau äh Bauchär gut bisschen Geschmackwürdig ist das ja schon ja so eine Art Leiter vielleicht ein bisschen mehr Farbe setzen sollen aber das irgendwie das passt auch irgendwie so ein bisschen rein das hat schon irgendwie so sein Sinn denke ich mal guck hier sein Hund hat er auch dabei hehehe ob er das der verbollt ist äh mit verbollt und da konnte sie nicht äh da wollte sie nicht haha so meine Freunde das war jetzt einfach mal so ne ich wollte mal einen kleinen Kanal das ist jetzt einfach mal so eine Art meine Kanalvorstellung für die Kanalvorstellung für das äh ist ein Danke Dings an nämlich Crazy 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 hört zu Pass auf Digga und zwar Danke für dein geiles mitspielen auf Dead Space 3 ja und äh ich würde sagen das war's ja doch Virus doch doch das muss sein ein recht herzliches Dankeschön lieber Crazy das muss aber gesagt werden also Leute jetzt im Ernst willst du mich verarschen? ok Crazy dann mach ich jetzt Schluss also Leute haut rein bis bald 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 bis bald